Herzlich Willkommen im wunderschönen München. Mein Name ist Lukas Speer und heute möchten wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Bodystreet Global Headquarters geben. Neugierig? Dann treffen wir uns unten. Hier befinden wir uns im International Business Development Department. Bodystreet sucht nach geeigneten strategischen Partnern in attraktiven Ländern, begleitet diese beim Markteintritt und der Pilotphase und bereitet gemeinsam mit ihm den Marktrollout vor. So trainieren die Mitglieder mittlerweile weltweit nach der Bodystreet Trainingsmethode. Hätten Sie es gewusst? Ein internationales Franchise-System lebt vom gekonnten Zusammenspiel zwischen Franchise-Zentrale und Franchise-Partnern. Das System und der umfangreiche Leistungskatalog der Support- und Operation-Departments beweisen, dass unternehmerische Verantwortung keine leere Worthülse ist, sondern gelebte Realität. Ob Marketing, regionale Partnerberatung, Human Relations, Innovation, Kultur, digitaler Service und, 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 und. Aber überzeugen Sie sich selbst! Eine ständig wachsende Anzahl von Bodystreet Studios erhöht die Markenbekannte. Bekannte Marken genießen beim Verbraucher größeres Vertrauen, welches sich positiv auf die Kaufentscheidung auswählen. Je mehr Standorte ein Unternehmen hat, desto mehr Perspektiven kann es seinen Mitarbeitern bieten. Das schafft allgemeine Attraktivität. Ein steigender Gesamtumsatz ermöglicht zudem verstärkte Investitionen in den Franchise-Support. Willkommen im Bodystreet Business Development! Die Bodystreet Academy. Wer langfristig erfolgreich sein möchte, braucht Top-Mitarbeiter. Die Anforderungen an diese in Punkto Trainingstiefe, Kommunikation, Verkauf und Betreuung sind sehr hoch. Jedem Franchise-Partner sollte also klar sein, Schulung, Weiterbildung und Führung seiner Mitarbeiter sind bei Bodystreet Daueraufgaben, die man auf hohem Niveau erfüllen muss. Die Manager aus dem Bereich Knowledge & Responsibility sorgen für ein internationales Aus- und Weiterbildungsprogramm und die lückenlose Dokumentation des Bodystreet Know-hows. Die Bodystreet Global Headquarters freuen sich auf Ihren Besuch. Servus und bis bald! Bin Betön Absolut Absolut